Was ist das Leder jetzt? Da Also Halt das nicht Wolle Tester Und Badam Backpack Halt so öffnet sich das HAH Backpack BEE HAH WAAAT Warum öffnet sich da nix? Ich muss mir jetzt einfach Ganz kurz Ne Äh Ein Steinschwert bauen Denn das geht so nicht weiter Auf keinen Fall Das muss weg So Und dann Würde ich einfach mal sagen Dass ich mal kurz Eine Äh Truhe Bau Solop Halt wo ist sie denn? Und da einfach mal Alles reinschmeiß was ich nicht brauche Äh das brauche ich nicht Das 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 war ja auch nicht Das 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 Ups das war vielleicht das 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 Achso jetzt bin ich Jetzt ist die Truhe auch schon voll Aber Aber Das ist der Ofen weg ist natürlich auch nicht so pralle Aber dann werde ich hier erstmal Ein bisschen Eisen schmelzen Äh Denn ich habe überhaupt gar nichts mehr Da oben sehe ich noch was was ist denn das Aluminium Aluminium Erz Hier ist noch Kohle Kupfer Alles Das bauen wir alles gleich ab Sobald ich drei Eisen habe Äh Jetzt So Ich beginne einfach mal hier Und dann würde ich einfach mal sagen dass ich hier so ein kleines Zwischenlager aufbaue Und dann muss ich einfach mal ganz kurz schauen wie ich Äh 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 Ähm Bum 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 Komma Group all selected Ne Ich möchte gerne hier einen Wegpunkt machen oder geht das gar nicht Das geht wahrscheinlich gar nicht Das ist nicht so gut Dann wie soll ich denn hier wieder zurückfinden Hallo Hallo Eisen danke Ähm Ich glaube ich muss einfach hier in der Nähe bleiben Denn das Eisen brennt ja grad noch Äh 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 Ja ok ist nicht so gut wenn da keine Wegpunkte gehen Fällt mir grad so ein Äh Das gefällt mir eigentlich ganz und gar nicht und hier habe ich noch das Erz übersehen Was ist denn das überhaupt Tin Erz Das heißt ich habe da wahrscheinlich schon tausend Tin Erz übersehen So Jetzt können wir uns hier natürlich auch endlich mal wehren Und ich mache Alter hab ich grad einen Schreck bekommen Ich mache mir einfach mal kurz eine Eine Rüssi Teil So Und ähm Versuch Hier Wie ging der Ups Mit 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 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 6 5 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 15 14 14 18 20 19 19 20 21 22 21 Eine Stunde ausgefallen. Richtig chillig, millig hier. Ich brauche was zum Essen. Und ich habe nichts zum Essen. Ah doch, hier ein Brot. Ich brauche unbedingt was zu essen. Fällt mir gerade so auf. Wo ist das Leder jetzt? Da. Also, halt das nicht. Wolle. Das da und... Badam, Backpack. Halt, so öffnet sich das. Höh! Backpack. Bää. Höh, what? Warum öffnet sich da nichts? Open Backpack. Oh, ich bin in Wün... Da. So, return. Scheiße, hä? Wie öffnet man das Backpack? Oh, du musst dich doch so eins machen. What the fuck? Ich brauche... Ich brauche noch zwei Zombies. Aber ich habe keine Farbe. Oh, doch. Oh, Braun. Braun. Sehr gut, Julie. Zombies, kommt mal bitte. Ich brauche zwei Fleisch. Alter, habe ich mich erschreckt. Da unten... NUMBER! Boah, fuck! Boah, fuck! Boah, fuck! Boah, fuck! Komio! Mein Herz! Was ist das? Kokoda-Beat hier. 24 Seiten! Wer mir anstürzt? Alter, das ledig ich doch nicht. Bin doch nicht wirkend. Ich habe kein verrottetes Fleisch mehr. Ich habe kein verrottetes Fleisch mehr. Scheiße. Ach, komm schon. Zwei Zombies. Bitte. Ich habe gesagt, ein Zomb... Schilder ist das, was ich gerade viel zu haben. aber niemals nachdem. Entschuldigung! Ich habe das so drauf, nun mal eine Aufmerksamkeit. wie man sich hierher davon hinuntert. Ich habe noch einoter, aber auch nicht überprüft. Ich habe alles zu Hause. Vielen Dank.